Noch eine Runde. Und weg ist er. Ball weg, Mondi weg. Ja prima, rausgespielt. Klasse. Und wieder reingespielt. Das ist noch mal raus. Oh, so ein dicker, großer Ballball. Jawohl, Mondi. Schieb, schieb, schieb. Und weiter, weiter. Schaffst du. Ja weiter, komm. Jetzt ein Henkel, ne? Das wär's. Machst du ein Henkel rein? Nun, es könnte sein, dass ihr euch von dem Ball verabschieden könnt. Ich glaube, Mondi regelt das da unten jetzt. Oh, 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 ich seh's schon. Und dann, wenn du das mal verabschieden könntest. Und dann, wenn du das mal verabschieden könntest. Kommst du jetzt auch wieder hoch damit? Nein, nein. Hier ist ein verrücktes Schredderding. Hallo, Schreddertante. Jawoll, Ball ist wieder oben. Warte und spuck aus. Toll. Mal gucken, wie du den jetzt umdekoriert hast. Ja. Warte auf, der fliegt trotzdem noch. Achtung. Und los. Busch. Ja, Leute. Jetzt ein Mondi-Ball. Da guckst du, war Kalle? Eben war er noch dick und rund. Da guckst du, warte, warte, warte. Und tschüss. Wo ist Kalle? Wie ist Kalle? M FAB. Was?